Servus Leute und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ist eine Weile her, dass ich ein Video rausgebracht habe. Es gab Janshin Doll und Janshin Youth auch den Herntarief feiert. Dann war noch ein Geburtstag gewesen, aber jetzt sind wir wieder da. Wir machen die Player Picks, die letzten von den 18. Dann spielen wir natürlich noch die Qualifikation von der Weekend League und kommt morgen oder übermorgen kommt das Video zur Weekend League raus. Und dann werden wir natürlich auch wie immer noch ein paar Packs ziehen zwischendurch. Lasst uns mal reingehen Leute. Erste Ding hier, mal gucken ob wir noch irgendwas cooles reißen können hier. Wie gesagt, wir haben 10 Stück, oder ich habe auf jeden Fall 10 Stück vorbereitet für euch. Noch ein bisschen was zum Gucken. Naja, das ist ja auch ganz schön schwach jetzt hier. Mal gucken ob da wirklich was cooles beikommt noch hier bei der Szene. Eigentlich hatte ich gedacht, ich mache ein paar mehr. Aber nö, nö. Dann ist mir nicht mehr auch eingefallen, dass ich noch Qualifikation spielen muss und die Weekend League noch ohne. Also hat noch ein bisschen was zu tun hier heute. Mann, come on, Alter. Ich kann ja die ganze Zeit hier nur eine Duplikate ziehen oder was? Was ist denn los? Mein Verein so voll oder was? Tatsache kann nicht wirklich möglich sein, dass mein Verein so voll ist. Wire. Die Wirecard. Letzten zwei. Wache Leistung eigentlich hier muss ich sagen. Na endlich mal Acuna. Kein Warcout. Diesmal nicht ein Warcout gewesen, ja. 1,85 bloß, Alter. Das ist echt schwach. Wie viel? 1,85 oder? Und die Karte hier. Lass auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, meine Freunde. Vielen Dank schon mal im Poros. Wir gehen mal rein und spielen die Qualifikation schnell zu Ende. Die letzten vier Spiele. Und dann würde ich sagen, mache ich einfach nochmal schnell ein paar Player Picks. So lächerlich, ey. Was ist denn das hier heute für lächerliche Tober, Alter? Wirklich. Mann, 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 ey. Gibt's da ja auch nicht. Ja, come on, Alter. Oh, ich hätte nochmal Glück gehabt, ey. Schöner Spielzug. Boing. Boing. ding bong halt das schöne frau und sind doch noch in den winkel rein die droschen ok ja klar wird wird jetzt wieder als folie zählt ja das war wieder so klar schon wieder ich wollte mir gerade einen kopf kratzen ich habe keinen kontroller los sie lassen dass man kann ja auch in den forsten schießen ist denn jetzt hier mit meinem forsten schüsse alter ding bong schöner spielzug man ist dämlich alter wirklich jetzt kauf alter du kleiner trottel abschlossen na endlich alter meine güte aber genau wie hoch fertig mann mann komm hier raus jetzt ich will doch schnell das spiel verschenken und dann ist gut der freut sich auf jeden fall dass er den sieg gekriegt denn jetzt hier fünf stück habe ich noch mal wir wollen nämlich wie gesagt noch ein paar picks ziehen genauso wie ich es am anfang gesagt habe und auch eben waren am anfang die player picks auch eigentlich müll deswegen habe ich jetzt keine zähne noch mehr macht sonst hätte ich jetzt zehn stück oder 20 stück jetzt noch mal zum schluss hier vorgerätet aber ich habe jetzt 15 player picks macht ein walkout hat gehabt ja lass uns lieber noch ein paar picks ziehen einfach irgendwelche das das ist viel cooler wenn wir auch mal gleich weg drücken dann kommen ein paar mehr ziehen und dann waren die ja 81 peck tatsächlich zwei gold profis 81 wie schon wo ich die ganze zeit weg drücke hier haben wir alle weg und frankreich lehmer gucken haben wir hier noch ein paar coole picks ja noch ein paar geile picks ja komm mal hör auf ey jetzt aber 85 mal 2 und blau ok na dann komm gib mir mal was krönet come on enter lab habe ich den ja noch ich weiß das ja nicht leute keine ahnung aber ja so klar 80 mal 2 85 81 83 84 Mal ein bisschen gucken und ein bisschen stöbern ob wir da noch was kriegen. Ja 83, super. 84 x 2. Kriegen wir denn überhaupt noch irgendeinen Potz oder so? Wäre mal cool so. Modric, okay. Modric und Smalling nochmal 84 x 3. Lobotka oder so? Das ist jetzt ja auch nicht. Lobotka, ne? Tatsache. 5, 2, 84 drin. Oh, 3 x 84, Alter. Echt. Wollt ihr mich verarschen? Ja, aber so kann das denn manchmal auch reden. Ja, da denkst du, du hast hier irgendwie mal ein Walkout mitbeinen. Nö, nö, nö. 83 x 2, come on. Auch wieder nüscht. Nein, nein, ich ahne Schlimme. Parijo? Doch nicht. Hab schon gedacht, Parijo. Siehste, den hab ich gar nicht gezogen, Ole Parijo. Den Totz, okay. Double Walkout, ja. Sonder Panos, genau. Oder, die? Hm, hab ich glaube ich ohne. Ne, Sonder Panos, okay. Bloß bin jetzt hier. Letzte Pack. Letzte Pack, Leute. Was machen wir noch? 81 x 10? Ja, bietet sich ja gerade an, oder? Bietet sich ja gerade an. Und wieder gehen. Trotz. Ah, was kriegen wir denn jetzt hier für den Schrott hier noch? Mach ich Peck, wollte ich sagen, oder? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aberbald so ist. Und zwar, Achline Kahset.